Elf Schülerinnen und Schüler aus der Kinderakademie Hülben-Münsingen haben erfolgreich am Wettbewerb der landesweiten Mathematik-Olympiade teilgenommen. Einer davon mit Auszeichnung. Jetzt überreichte ihnen ihr Lehrer die Urkunden dafür. Die Kinder hatten Aufgaben zu Hause bearbeitet und zwei Klausuren an der Kinderakademie geschrieben. Sie mussten verschiedene Logik- und Geometrieaufgaben innerhalb von 60 Minuten lösen. Für jede Stufe erhielten sie eine Punktzahl, die über den Gesamterfolg entschied. Vielen Dank.